Schon lange tüfteln forschungsteams weltweit daran fleisch im labor zu produzieren steaks frikadellen oder braten essen ohne dass dafür ein tier sterben muss erste tests haben im labor bereits funktioniert doch jetzt ist ein niederländisches forschungsteam ein riesen schritt weitergekommen und prognostiziert dass wir schon in vier jahren Künstliches fleisch im restaurant essen werden und es in spätestens sechs jahren im supermarkt kaufen werden doch die gewinnung ist mit Menschlichem vampirismus verbunden quasi wie wieso weshalb jetzt den klick zum science fiction herzlich willkommen Es ist wirklich frappierend vor ein paar wochen war ich in einem veganen restaurant in paris und habe fleisch gegessen Das schmeckte nicht nur wie schweinemedaillons auch die textur und alles fühlte sich so an und schmeckte wie Schweinefleisch es war absolut köstlich und es war kein tierisches produkt enthalten und es ist wirklich überfällig kein Fleisch mehr aus der massentierhaltung zu essen die industrielle herstellung von fleisch ist nämlich extrem Schädlich für mensch und tier die tiere werden auf engstem raum gehalten werden vollgestopft mit medikamenten wie antibiotika Und auch hormonen ihnen werden die schnäbel oder schwänze gestutzt damit sie sich stress bedingt nicht selbst oder andere tiere verletzen Der massenhafte einsatz von antibiotika fördert die entstehung von Antibiotika resistenten keimen bei einer infektion können wir menschen dann nur noch eingeschränkt behandelt werden immer wieder Gibt es dazu neue schlagzeilen in den medien und nicht umsonst warnt die weltgesundheitsorganisation WHO vor einer drohenden medizinischen katastrophe auch für die umwelt bedeutet die massentierhaltung eine riesige katastrophe Denn um beispielsweise ein mast schwein heranzuziehen braucht es fast eine millionen liter trinkwasser und zwar ganz allein Um sein futter anzubauen gefüttert wird es hauptsächlich mit soja für dessen anbau beispielsweise Regenwälder in brasilien weichen müssen wir haben hier schon öfter mal darüber berichtet auch das grundwasser wird durch die massentierhaltung Verschmutzt und zwar mit nitrat durch die gülle werden die böden überdünkt große mengen an stickstoff lagern sich im boden ab und sorgen dafür dass verschiedene tier- und pflanzenarten Sterben und zuletzt wird auch der klimawandel durch die massentierhaltung gefördert denn in den mägen von kühen und rindern entsteht methan und das ist als klimagast etwa 25 mal klimaschädlicher als co2 die forschung auf der suche nach wirklich künstlichem fleisch ist jetzt ein ganzes stück weitergekommen Zitat wir wollen das für die fleischindustrie sein was das auto für die pferdekutsche war das sagt der chef des kalifornischen start-up unternehmens Memphis mit seiner firma ist vor einiger zeit tatsächlich gelungen was viele forschungsteams weltweit vor ihm probiert hatten Fleisch künstliche herzustellen herausforderung im moment kostet ein kilogramm künstliches fleisch 32.000 euro im vergleich dazu ein kilo herkömmliches rindfleisch gibt es schon für unter 10 euro Was auch keine gute entwicklung ist einer der investoren für das projekt hierbei ist übrigens bill gates Die fleischzucht im labor funktioniert vereinfacht gesagt so aus dem muskelgewebe von kühen werden stammzellen entnommen die dann auf einer nährlösung Wachsen sie entwickeln sich zunächst zu muskelzellen und dann zu muskelfasern und unter dem mikroskop Sind die dann tatsächlich nicht von dem muskelfasergeflecht eines realen steaks zu unterscheiden Um einen hamburger zu formen braucht es etwa 20.000 solcher muskelfasern auch im niederländischen maastricht gibt es ein Fleischversuchslabor das hamburger lab vor vier jahren wurden hier die ersten künstlichen hamburger Gezüchtet doch das fleisch bestand nur aus muskelfasern es enthält kein fett oder bindegewebe Und es war viel zu trocken auch der preis dieses künstlich hergestellten fleisches war unbezahlbar Eine viertel million dollar nämlich für den bratling ups da muss ich mal kurz gucken Das übersteigt gerade mal eben mein budget seitdem ist das forschungsteam große schritte vorangekommen Und es ist mittlerweile in der lage komplett aus fleisch zu komponieren die muskelzellen können mittlerweile beispielsweise aus Myoglobin produziert werden das ist der stoff der muskeln rot einfärbt und ihnen den typischen fleisch geschmack verleiht leicht nach blut und metall eben auch Die finanzierung ist nun gesichert unter den geldgebern ist beispielsweise sergey brennen der google mit aufgebaut hat auch wenn die experimente derzeit noch im labor laufen Die technologie ist mittlerweile so ausgereift dass sie auch in größeren reaktoren stattfinden könnte damit seien hamburger für zehn bis elf dollar realistisch Das ist auch noch etwas über meinem budget in drei bis vier jahren wollen die niederländer ihr künstlich hergestelltes fleisch auf den markt bringen Erst einmal in den niederlanden selbst und in großbritannien Und das ganze hätte sicherlich große chancen auf dem markt Künstlich hergestelltes fleisch wäre für viele dieser probleme die lösung überhaupt doch es ist nicht alles so toll Wie es auf den ersten blick klingt denn bisher wachsen die muskelzellen auf einer nährstoff lösung die aus zucker Mineralien vitamin aminosäuren und aus dem serum des blutes von Kälberföten besteht da werden die forscherinnen und forscher quasi zu vampiren Denn um das serum zu gewinnen wird das ungeborene kalb aus der gebärmutter der kuh geholt um ihm dann blut aus dem herzen Abzusaugen Ja, das geschieht ohne betäubung das kalb überlebt diese eingriffe nicht die kuh wird danach geschlachtet Ja zum anderen beinhaltet das ganze auch ein gewisses risiko denn das serum könnte krankheiten übertragen Und so sind forschungsteams weltweit auf der suche nach alternativen eine basis könnte beispielsweise Könnten pflanzen wie algenextrakte und bakterien seien dennoch wird laborfleisch immer zu einem teil aus tierischen rohstoffen bestehen aus den stammzellen Doch die forscherinnen und forscher hoffen dass sich diese unter den richtigen bedingungen immer weiter vermehren und so Kontinuierlich neues muskelfleisch produzieren hochrechnung von niederländischen forscherinnen und forscher zufolge könnten dann 150 rinder die ganze weltbevölkerung ernähren 1,5 milliarden tiere sind es im moment ja das ist wirklich wahnsinn doch damit wird tatsächlich in naher zukunft Künstliches fleisch im restaurant und in supermärkten kaufen können müsste noch einiges passieren zum einen müsste die infrastruktur Noch ausgebaut werden um die produktion überhaupt erst einmal effizient zu machen die zucht müsste von den kleinen petrischalen in größere Bioreaktoren verlagert werden ja und im besten fall Müsste dann auch geguckt werden dass nicht so viel energie verbraucht wird eine bedingung dafür wäre das entsprechende start-ups finanziell gefördert Werden und laborfleisch müsste von den zuständigen behörden in der eu als neuartiges lebensmittel bewertet werden sicherlich kein Einfaches unterfangen das könnte ein bisschen dauern dann gäbe es noch eine weitere aufgabe das künstlich hergestellte fleisch Gesellschaftlich zu etablieren umfragen aus den usa Und auch europa zeigen dass sie nicht 20 bis 50 prozent der leute fleisch aus dem labor probieren würden fest steht jedenfalls Mit der konventionellen fleisch produktion geht es nicht mehr so lange weiter wie bisher die ressourcen die dafür gebraucht werden Die reichen schon bald nicht mehr aus und vielleicht ist hier ein weg gefunden worden diese katastrophe für mensch umwelt und tiere zu beenden Hier bei klicksohn halte ich euch natürlich auf dem laufenden zu diesem thema wenn ihr kein video dazu und auch zu allen anderen themen verpassen wollt dann Drückt mir hier ein abo aufs auge und vergesst nicht den Auf die glocke hier geht es weiter mit top 7 tiere auf drogen Ja sehr lustiges video draufklicken und ab lachen würde ich mal sagen und ansonsten bis dann Bleibt dran